Blauer Himmel, saftiges grünes Gras, weidende Kühe. Hier in Oldenbruck-Niederort ist die Welt noch in Ordnung. Landwirt Jürgen Meinardus führt einen für die Wesermarsch typischen Milchvertrieb. Er verfügt über genügend Flächen auf dem Hof und freut sich, wenn das Wetter mitspielt und die Wiesen ordentliches Futter liefern. In Niedersachsen werden aber immer mehr Kühe in immer größeren Betrieben im Stall gehalten. Die Landesregierung hat ein Weidehaltungsprogramm zum Schutz des Grünlandes bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Dieses politische Ziel soll nun auch praktisch umgesetzt werden und wird vom Grünlandzentrum Owe Gönne aus federführend koordiniert.